Herzlich Willkommen zum großen Medaille für Ereignisseur in Salzburg! Peter Benz und Georg Fischler! Es war eine wunderschöne Zeit, wo sie wieder lebten haben. Wenn du mit zwei Medaillen heimkommst, ist das ein Traum. Es war eigentlich nur ein Gänsehaut-Feeling. Das kann man gar nicht richtig beschreiben. Das war einfach ein Traum für uns. Die Bronze-Medaille gewonnen, da ist sie Madeleine Igle! Wenn man eine Medaille macht, dann ist das natürlich... Zum Abschluss mit dem Team die Medaille geholt, das ist natürlich wunderschön, wenn du bei den ersten Olympischen Spielen mit einer Medaille heimfahren darfst. Genial! Dann oben am Podest stehen, die österreichische Fahne noch anschauen, wie sie aufgezogen werden und schon ein sehr cooles Gefühl. Eine lässige Zeit, aber natürlich mit der Medaille und mit dem Erfolg hat sich das natürlich schon viel ausgezahlt. Danke schön!